Das war's für heute. Hey, gringo, vi lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muévense. Quédense, cabrones. Hey, hey, tranquilos, a favor. Tienes tu fans. Ja, das Publikum liebt mich. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment, was hast du gesagt? Es ist doch früh genug raus. Te lo advertí. ¿Lo escuchaste? ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Hasta luego. De este encargo yo. Bien. No, 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 no. Verstand. Oh, okay. Nach dir? Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Ey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Ja, schon klar. Da, durch. Hier, durch. Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas. Du solltest uns nur rein und raus bringen, mehr nicht? Nur. Ich riskiere meinen Kopf für euch Gringos. Ja, und Rafe bezahlt sich auch königlich dafür. Si. Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht erinnern. Ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig. Das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwel. Alles von einem einzigen Schiff. Ah, der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla, bla, bla. Ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich da rauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rave ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt da rauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Bricht dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Hey, hast du's mitgebracht? Ja. Hab's da drüben versteckt, unter dem Arbeitstisch. Äh, bei den Kisten. Klasse. Danke. Das wird ihr Kinderspielen. Das war's. Bingo. Und weiter geht's. Was haben wir denn da? Unglaublich, dass der Brief noch intakt ist. Da ist Burns Gefängniszelle. Wie komm ich da hoch? Und auf geht's. Warnst du, armes Schwein. Die meisten aus Averys Crew konnten nach Schottland fliehen, aber du? Du hängst in Panama fest. Warnst du, armes Schwein? Hm. Warnst du, armes Schwein? Vielleicht. Ich bin gespannt, was Sam dazu sagt. Ach, auf nach oben. Warnst du, armes Schwein? Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss ne schöne Aussicht. Warnst du, armes Schwein? Zu knapp. Schwer zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay, Roland. Ich muss da hoch. Und ich dachte, heutige Gefängnisse wären schlimm. Warnst du, armes Schwein? Ich Ihnen nicht. Meine Frau, wie Sie da hoch ist? Warnes Schwein? Vielen Dank. Vielen Dank. Die Spanier wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind? Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Oh, Mann. Sam, verpasst nicht was. Auf geht's. Bei uns Zelle. Zelle, we are sweet. Okay, wo fang ich an? Dieses ganze Geketzel muss eine Bedeutung haben. Sonne und Mond. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal. So was habe ich auf dem Brief gesehen. Hm. Das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Schon besser. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Das Zeichen für Schütze und Schütze. Das Zeichen für Schütze. Das Zeichen für Schütze. Leider nein. Der ist auch nicht. Und die römische Zahl 2. Habe ich was auf dem Brief übersehen? Schütze, römische Zehn. Das Skorpionzeichen und eine römische Zwei. Okay, wo ist das Schützesymbol? Schütze, römische Zehn. Schütze, römische Zehn. Schütze, römische Zehn. Zehn und Zwei. Zwei. X und I, I. Sieh sich das einer an. DIGNA FACTES RECIPIMUS. 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 Oh! Vorsicht! Oh! Get off my neues. Uh-huh! Let's take Pape, niemals hin. Auf Wiedersehen, Schulter. Das ist Vargas. Ich wühre was ab. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Ich will einen Anteil. Oh, scheiße. Nein, nein, nein. Scherz. So muss es laufen. Du hast es geschafft. Was gefunden? Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war er nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht hab ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab's noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Na ja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein. Da ist ein ganzer Haufen alte Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam. Er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich seh mir die Akten an. Los, dreh dich um. Okay. Wenn du mit ihm geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Gringo! Wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gib's eine Woche im Loch! Bist ein guter Schauspieler, Vargas. Ist so gut wie ich. Ich kann sagen, ich bin ein Principiante, richtig? Hijo der P***. Lo siento, chicos. Tengo queerme. Klaro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Man, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo, 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 wo. Willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Rave finden. Rave. Fang, fang mich an, bitte. Komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rave, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Ja, apropos Vargas. Wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Hm. Hm. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Rave hat sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas. Keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay. Suchen wir uns was für uns niemand. Stört. Okay, die Luft ist rein. Okay. Und was haben wir? Oh, scheiße. Hm? Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Es ist nicht Jesus. Hast recht. Keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann… Lies die Endschrift. Ähm. Digna factis rezipimus. Wir empfangen… Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay. Bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay. Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas. In Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden. Aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Ich. Lass mich raten. Mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Me dije que no hayamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. Hey, weißt du was? Du noch damit hast. Okay. Okay. Du hast dich auch nicht angeboten. Heute, dafür ist keine Zeit. Wer ist Notch? Wir müssen schon. Für einen kleinen Kerl vom Greif. Ja. Ja. Und wir sind die Punkte fertig. Das sind die Punkte fertig. Lass mich damit damit kaufen. Denkst wie den Hund. Ja. Was ist das? Hey, hey, las los. Good, espera. Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde cuáles regas. ¡Aliense! ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Ist das Schmuggel wahre? ¡Cállate! ¿Für wem hättest du dich? Llevo su celda. Traje los gringos a ma oficina. Llevo. Dejínos. Dejínos. Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann auch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh, ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay. Du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganova. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir, ähm, zehn Prozent. Ha, 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 ha. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. Zwanzig. Ohne uns würdest du ihn nie finden. Fünfundzwanzig. Alle gleich. Fünfundzwanzig. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. Vierhundert Millionen durch vier, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so... Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt. Willst du es wirklich wissen? Abraut! Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört dir das zum Plan? Folgt mir. Los, los! Verdammt noch mal. Rave, gehen wir hin. Zum Leuchtturm. Laut Vargas ist das Boot direkt am Wasser. Aber das ist am Boden lang. Keine Ahnung. Gehen wir nach draußen und finden's raus. Halt! Sackgasse! Äh... Das Fenster! Nathan, hilf mir mal! Enteilung! Halt! Z Bist du den Leuchtturm! Ich seh den Leuchtturm hin! Wenn du einfach von den Wachen wegkommst... Wir sind in die Zeit. Hier durch! Los! Hey, noch eine Sackgasche. Die Feuerleiter, Nils, dring mich da hoch. Hallo, Sam. Eins, und... Ja, nach dir. Die Feuerleiter, Nils! Ja, riemen uns! Hey, kids. Okay. Hey, dann, werden! Oh, ein Mundiaus! Du musst den Rafe einholen. Ich hab dir, du vertraust ihm. Tu ich! Gewissermaßen. Er wird unten uns abhauen, oder? Nicht, wenn wir schnell sind. Na los! Nach dir! Was ist in Dubai? Okay. Alles auch. Der Ort ist ein Irker. Ja, es wollte sich nicht, dass wir abhauen, oder so? Oh, scheiße. Wache! Amigo! Hey, Reef! Ich bin nicht zu sehen. Geht uns die Leiter runter. Das ist geschafft! Ja, freu dich nicht zu früh. Nöwesst! Da wird sich nicht zu früh. Alleinen, die nicht zu früh! Ich bin die Leiter runter. Verdammt! Entschwungen! Jetzt! Wache ich! Dumpf! Vielleicht, was passiert! Sam, komm! Ich zieh mich hoch! Ich hab dich! Komm! Sam, nein! Nein, fällst du! Fällst du! Sam! Geh an den Rand! Los, hoch! Nein! Sam! Wir müssen weiter! Nein, er ist doch tot! Nein, er ist tot! Komm, das Boot ist auf der anderen Seite! Nein, ich kann nicht... Ich lasse ihn nicht hier! Nate! Dein Bruder ist tot! Komm mit mir oder geh zu ihm! Wie du willst! Ich komm! Ich komm! Ich muss weiter! Wir, vers Wir müssen weiter! Nur密 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020